Rote Rosen Vorschau Folge 4020 Valerie will alles tun, um Klaas näher zu kommen. Sie provoziert erneut einen Streit mit Franka und nutzt diesen als Vorwand, um das Haus zu verlassen. Spontan macht sie Klaas den Heiratsantrag, zusammenzuleben. Wie wird er reagieren? Hendrik ist wegen seines Jobs bei einem Imbisswagen gestresst. Dann kommt die Nachricht, dass Kara länger als geplant in Griechenland bleiben muss. Hendrik will alles wegwerfen, Carla aber nicht hängen lassen. Doch dann erhält er ein interessantes berufliches Angebot. Hannes wird eifersichtig auf Fritschi und Plantrache. Ben befürchtet, dass die Persönlichkeitsveränderung von Hannes eine medizinische Ursache haben könnte. Britta und Hendrik dementieren dies jedoch. Hannes stößt auf das Buch die sieben Todsünden und kommt auf eine Idee. Alle Rückschläge freut sich Charlotte auf ihr nächstes Semester in London. Allerdings fällt Marvin die bevorstehende Trennung schwer. Vor Charlotte lässt er sich nichts anmerken und versucht, ihre gemeinsame Zeit zu genießen. Aber